Es lebe der Sachse, der Sachse im Sonnenschein, oh yeah. Und damit begrüße ich euch hier wieder zu einer anderen Folge von TrueNspot. Dafür war ich hier auf meinem wunderschönen Kanal. Ja, ich habe heute etwas vor, was bestimmt keiner gedacht hat, dass ich das jetzt vorhabe. Weil ich das auch nie erzählt habe, dass ich das machen möchte. Und wir möchten nämlich Blumen bauen auf Ramp Gleis. Also wir machen hier die Buschspur, ja. Und Ramp Gleis kommt hier elektrisch rein. Dann kann man ein bisschen Spaß haben mit der Tram. Und wo soll es überhaupt hingehen? Ja, keine Ahnung, nein, ich weiß es schon. Aber ihr wisst es noch nicht, so. Zwei hier rein. Okay, aus irgendeinem Grund wird es nie umgebaut. Machen wir im Nachhinein dann gleich. So. Und dann können wir nämlich mal hier das ausprobieren. Denn hier können wir ja auch Tram Terminal 1 wollen wir machen. Wir wollen... Wenn wir mal so ansehen, mal gucken, was passiert. Müssen wir vielleicht hier... Ah, ich glaube, das müssen wir hier noch umbauen. Ja, gut, ähm... Das machen wir mal ganz schnell. Dann müssen wir aber das kurz hier wegreißen. Das erweitern wir auf zwei. Wenden das an. Äh... Können wir das jetzt so ändern hier, oder? Wie können wir hier ein Tram-Gleis reinbauen? Hm. Hm. Gute Frage. Nächste Frage. Nächste Frage. Also, irgendwie... So. Es ändert sich ja hier auch was. Wir wollen es erstmal anwenden. Wir gucken mal, wo es eigentlich jetzt... Was jetzt passiert. Hier proben wir aber kein Tram-Gleis, nein. So. So. Hm. Hm. Das ist natürlich jetzt scheiße. Aber drauf habe ich jetzt natürlich nicht gerechnet, dass das nicht geht. Ja, Kollision, Kollision, schön und gut. Ah, hier geht das. Äh, Bau nicht möglich. Ich lege mich doch. Ja, es liegen Fotzis von Fotzzihausen, so. Nein. Das ging gerade so schön. Ja, hier. Das ging gerade so schön. Geil. So. Und jetzt machen wir mal in Tram. Also, hier kommt der Bus weg. Und dafür kommt hier ein Tram rein. Die beiden verkaufen, Depot verkaufen, Depot verkaufen, weg und weg. Dann kommt hier Übersicht, dann kommt Neu-Ulm-Haltepunkt, dann kommt er hier hin, dann kommt er hier hin. Bin ich mal gespannt, ob das jetzt hier geht oder nicht. Aber eigentlich ist es ja ein Tram, Depot. Machen wir mal testen. Wir holen uns einfach mal die hier. Und weisen die auf die Strecke. Geht das geht? Als ob das geht. Jetzt schwören wir mal kurz vor. Und verfolgen den mal kurz. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es wirklich geht. Nice. Jetzt geht es hier um die Ecke. Die Straßen sind richtig eingefahren. Was da überall für Spuren sind. So, 55er Mord ist das maximal, was man hier rausholen kann, das ist der Bahn. Das ist auch eine Straße, die eben außerhalb geht noch hier. So, jetzt geht es Richtung Flughafen. So, einsteigen, wer möchte. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie das jetzt aussieht. Alles klar. Einfach mal ohne. Sieht schon scheiße aus. Sieht irgendwie richtig, richtig kacke aus. Wir lassen es trotzdem dabei, weil es eben ein Tram-Depot ist. Deswegen, wir lassen es einfach mal und haben unseren Spaß so. Ja. Was ist seit dem letzten Mal passiert? Nichts, weil ich nämlich nicht weitergespielt habe. Und wir müssen mal gucken. Wir wollen ja uns in den nächsten Städten mal jetzt an dem ganzen Netz hier beteiligen. Das bedeutet, wir müssen von hier oben, ja ist die Frage natürlich, wohin? Und, also, ich würde mal fast schon sagen, hier rüber. Dann wollen wir, das soll ich sowieso schon ausprobieren, ob das geht. Das können wir mal machen. Und dann können wir ein paar Schiffe hier unten als Städte ein bisschen verbinden. Das können wir mal probieren. Also. Es wird bloß ein XXL-Zug. Da muss man mal gucken, wie wir das jetzt behandeln mit dem Zug. Oder wie fahren. Ja, ist schon ein bisschen scheiße, was ich jetzt vorhabe. Ich möchte mich hier zum Hafen, möchte ich irgendwie alles mögliche bringen. Und dann von hier aus, äh, in die Stadt hier verteilen. Und hier braucht, braucht man eben noch alles. Plus ausbauen, geht nicht. Kollision. Ähm. Ja, gut. Wie machen wir das denn? Oder verbinden wir erstmal in die nächste Stadt. Also wir haben ja erstmal Neu-Ulm. Und von Neu-Ulm muss erstmal alles irgendwie nochmal weg. Ähm. Wir können aber auch von hier aus erstmal hier unten hinfahren und nach Riedbach transportieren. Oder wir gleisen hier ab und gehen hier in die Mitte und können Arling und Riedbach. Das wäre eine Möglichkeit, die wir jetzt mal anpeilen. Das bedeutet, wir bauen aus auf... Ja. Das geht ja nicht. Durch das Depot bestimmt. Ach, funktioniert. Okay. Dann wenden wir jetzt mal an, weil es auf die andere Seite geht. Das ist sehr gut. Flugzeug. Neu-Ulm von acht. Okay. Dann eben nicht. So. Höchstgeschwindigkeit natürlich. Ist ein bisschen dämlich, oder? Aber mit dem Zug kann man eben am meisten transportieren. Da kann man eigentlich auch hier hinfahren. Es lohnt sich eigentlich gar nicht, einen Zug darauf zu setzen. Weil wenn der Zug losfährt, ist er schon wieder da. Aber da können wir den kleinen Zug, da können wir so welche kleinen Züge benutzen. Welche, äh, die ich auch gar nicht nutzen möchte. Oh, das ist geil. Das ist geil. Das gefällt mir. So. Dann können wir nämlich das wegreisen und das noch wegreisen und das noch wegreisen. Und machen wir hier rein. Das ist nice. Also, ihr werdet gleich sehen, was ich mit kleinen Zug meine. Wir brauchen aber noch hier rüber ein Bahngleis. Jeweils noch mit Signalen. Da und da. Weil wir haben ja ein bisschen die Höchstgeschwindigkeit irgendwie mit. Und dann können wir nämlich von hier aus. Das wird natürlich jetzt, äh... Wir bauen uns erst mal auf ganz groß aufs. So, wenden das erst mal an. Machen wir das vielleicht auch ein bisschen länger, damit das nicht so scheiße aussieht oder auch nicht. Dann geht es eben nicht länger. So, dann brauchen wir in... Hier haben wir irgendwie so gut wie keine Läden. Wo müssen wir hin? Doch, hier sind sie. Das wird alles abgedeckt. Das ist sehr gut. Hier wird sich so viel Verkehr anstauen, dass wir den hier wegreißen. Oh, wir haben hier so viele Sachen. Stopp, wohnen wir. Wir müssen erst mal... Das hier reißen wir erst mal weg. Und dafür uns auch hier den... High-Kapazität... Routes Ding hin. Ganz groß und recht lang. So. Geschafft. Ähm... Dann müssen wir mal gucken. Weil hier oben kommt ja schon Werkzeug und alles an. Wir brauchen dann hier unten... Ähm... Also Essen kommt an. Maschinen kommt an. Waren kommen an. Werkzeug kommt an. Das heißt, uns fehlt Baumaterial. Treibstoff und Waren. Die müssen bis hierhin transportiert werden. Das heißt, den müssen wir eigentlich noch weiter ausbauen. Vierer... Wenden wir mal so an. Das bedeutet... Ähm... Wo kriegt man? Wir kriegen Treibstoff nur von da oben her. Von woanders ist mir jetzt hier unten Mistmasse herbekommen. Das Feld kriegt auch keinen Treibstoff. Wenn wir so hin und her fahren. Nach Arlingen und Riedbach. Riedbach hat auch... Achso, Arlingen. Gut, okay. Wir brauchen eigentlich nur Rohöl. Dann können wir das eigentlich alles hier unten auch produzieren. Machen wir erstmal die einfachen Sachen. Obwohl, wir machen Öl mit dazu. Das bedeutet also... Können wir das hier noch auf eine Sache umbauen? Äh, erweitern? Geht. Gut, dann können wir nämlich hier um... Ah ja, wir müssen auch... Baumaterial? Ja, wo wird ein Baumaterial hier hingeschleppt? Hier kommt Essen. Treibstoff an. Bauen wir erstmal ganz, ganz ruhig. Bauen wir erstmal aus. Straßenfahrzeuge. Für Treibstoff bauen wir... Ein paar Güter-Transporte. Hier können wir so schön links transportieren. Ähm... Die nur Treibstoff transportieren. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Ich weiß, es macht wieder alles einfarbig. Hat aber den Grund, wenn ich dann mal... Das doch mal wechsle, dann ist es doch mal gut. Also automatisch anmache. So, das kommt hier runter. Das ist... Äh... Treibstoff... Bahn. Keine Ahnung, das passt. Passt irgendwas für uns. Dann holen wir uns... Holen wir uns ein Schwerlaster einfach mal... Der uns... Baumaterial... Holt. Hier unten... Nee, hier unten kommt das... Wo kommt unser Baumaterial an? Baumaterial, hier. Ein recht weiter Weg. Straßenfahrzeug kaufen. Güter. Für Baumaterial ist, glaube ich, der auch recht schön, oder? Was findet ihr? Ja, ich weiß, dass ihr genau meine Meinung seid. Auch wenn ihr nichts sagt. Also... Eins, zwei, drei, vier, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. So, und die kommen jetzt auf die Linie, neue Linie. Dann... Das ist dann Baumaterial Bahn. Baumaterial Bahn. So. Schließen. Und dann brauchen wir noch die Wagen. Dann haben wir erstmal... Dann haben wir erstmal Riedbach. Das, was wichtig ist an Riedbach. So. Und da können wir... An Waren holen wir uns die... Die, ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Passt. Linie zuweisen, neue Linie. Hier nach hier. Waren, Bahn. Dann haben wir Nummer 1 fertig, dann haben wir erstmal die Fahrzeuge, jetzt kommt die Bahn, da kommt eben wie gesagt so eine kleine möchte ich dann bauen, so eine recht schnuckliche Güterzug, ach hier haben wir ja schon offen, und zwar irgendwie mit dem oder mit dem, habe ich mir gedacht. Also die ist schon billiger, so kaufen wir die hier, dann kaufen wir Waggons, Waggons die uns Güter transportieren, Baumaterial Waren, Treibstoff transportiert alles, das ist sehr gut, Kunststoff Waren, dann die hier noch dazwischen, So, reicht, dann brauchen wir von hier aus in den Zug nach hier aus, das ist eben wie gesagt ein kleiner Zug, äh, Waren, Treibstoff, und Waren, Treibstoff, Bomber, Material, Material, Bahn, so, äh, Bahn, ja, ach, hast schon, das passt schon, so, und dann brauchen wir von hier unten eben die ganzen Fahrzeuge, die nach links, nach rechts, hin und her fahren, Das werden natürlich jetzt ein paar Fahrzeuge werden, weil wir beide Städte gleichzeitig anfahren wollen, ähm, Ich würde mal sagen, wir nehmen für die Waren, nehmen wir davon ein, dann für Baumaterial nehmen wir den hier, dann kommt, dann kommt für Treibstoff noch ein paar von denen hier rein, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, äh, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 15, gut, ich weiß, jetzt habe ich wieder, habe ich schon einen Fehler gemacht, müssen wir es eben so machen hier, Genau, der kommt auf eine neue Linie, und zwar von hier, nach hier, nach hier, nach hier, nach hier, nach hier, und dann zu 1, passt, Das heißt, der, hier, der fährt auch, von hier, nach hier, nach hier, schließen, genau das gleiche mit den ganzen Fahrzeugen, die können wir jetzt einzeln nehmen, schön, Von hier, von hier, nach hier, nach hier, nach hier, und wir zurück, so, passt, jetzt dürfte eigentlich der Sinn, der auflaufen, und wir ändern schon mal jener Zeit, äh, geschwindig, komm, mach mal, mach mal, mach mal, ja, ähm, Terminier 2, Terminier 5, 3, 4, 5, 6, und die 7, so, der fährt, dürfte erst mal reichen, so, wir wollten aber auch, äh, mal wieder, Personenszüge bauen, ich glaube, das machen wir mal im nächsten Part, denn der Part ist ziemlich weit schon fortgeschritten, deswegen würde ich sagen, wenn euch der ganz Part gefallen hat, dann gibt ein doch, was macht ihr, achso, ja, klar, hier unten macht, ich wollte schon fragen, gut, ja, gut, das ist schon richtig, das wird sich jetzt einpegeln, und bis zum nächsten Mal wird hier alles funktionieren, das ist schön, und gut, und dank, und schön, die Flugzeuge machen bestimmt nur minus, die wird bestimmt keiner mitfliegen, okay, eher seltener, und im nächsten Part werden wir was machen, werden wir irgendwelche Städte verbinden, wieder mal, aber, ja, wir wollten hier ausformen, bei euch so, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, ciao, 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 ciao,